2-0, 3-0, Siegesieg! Wie heißt Borussia Mönchengladbach mit vollem Namen? Ist es VfL Borussia Mönchengladbach, FC Borussia Mönchengladbach oder SC Borussia Mönchengladbach? Kuhn? Ich glaube, das letzte SC. Bist du sicher? Nein, ich bin mir nicht sicher. Wie wird FC sein? Das ist VfL Borussia Mönchengladbach. Echt? Ich dachte, es war nur VfL Wolfsburg. Das sagt man aber nie, oder? VfL? Ja, die Fans haben manchmal gehört uns VfL. Okay, noch nie gehört. Egal. Wie werden die Gladbacher auch genannt? Graber. Fohlen. Fohlen. Ja, gut. Ja, ja. Das weiß er. Wie ging das letzte Spiel aus? A, 3-0. B, 2-0. C, 4-1. Kuhn. 2-0. Ehrlich? 3-0? Ja. Ich weiß, dass ich da fast einen Assist gegeben habe, aber in Gladbach, ne? Abstoß, oder? Genau. Abstoß, ja. Es war das 2-0. Deswegen dachte ich, stimmt, 3-0. Am Ende haben wir nochmal ein Tor gemacht. Welche Gladbacher Legende wechselte sich bei einem Pokalfinale selbst ein? Was? A, Gunter Matthäus. B, Günter Netzer. Oder C, U, Heinrichs. Das ist vor unserer Zeit, glaube ich. Wie würde Ihnen Günter Netzer das zukommen? Keine Ahnung. Günter Netzer ist wichtig. Welche Form hat das Gladbacher Emblem? Eine Kauze. 1-3. Ja, Kuhn. Welcher ehemalige Wölfe-Coach trainierte bis zur letzten Saison die Fohlen? Kuhn. Dieter Hecking. In welcher Region liegt Mönchengladbach? Strafe. Niederrhein. Ist das korrekt? Ja. Passiert sich aber ganz schnell, ne? Ja. Manche Schafe kriegt man mit. Die Stafel, ne? Die Stafel Hello. Orang Aux K муз Orang Aux K